Aus gegebenem Anlass gibt's ein neues Kanal-Intro. Hier wäre ich viel lieber als in Absurdistan Hühner ärgern, auf dem Hohen herumstromern, die Katzen ärgern. Mich als Katze belastet das Ganze momentan gar nicht, solange mein Herrchen mich füttern kann. Mein Herrchen schimpft ständig über unberechtigte YouTube-Zensur. Ich verstehe gar nicht, was der hat. Ist doch alles gut. Jetzt hat er sogar einen zweiten Kanal aufgemacht. Auf dem zeigt er, wie man etwas haltbar macht und kocht und noch viele andere sinnvolle Dinge. Hauptsache, er kocht mein Katzenfutter. Wenn euch das leidige Thema hier nicht interessiert, aber ihr das sehen wollt, dann schaut auf dem Kanal vorbei. Er hat sich sogar die Mühe gemacht, einiges umzuschneiden und neu zu vertonen. Hier bei mir wird's um euer leidiges C-Thema gehen. Dazu gibt's schon so viel, da müsste man eigentlich gar nichts mehr sagen. Wenn ich abends so vor dem Fernseher liege und mir die erstklassige Berichterstattung ansehe, dann kann ich einfach nicht anders, als das etwas humorvoll zu kommentieren.